Yo, hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer TomTV und willkommen zu einer Reaction und zwar ein neuer Track von EAST593 und da gucken wir natürlich rein, ne? Der Track heißt Vampir, ist ein Feature mit NACO64 und da bin ich auf jeden Fall gespannt, da haben wir ja schon ein paar Mal drauf reagiert und dann hören wir uns das Ganze mal an, ich bin auf jeden Fall gespannt, machen wir mal erstmal hier, schön ein Kippchen an, ne? Und dann bin ich doch mal gespannt, wie die Smiler-Track ist, auf geht's. Wie viel wiegt das ganze Zeit? Dann holen wir deine Mütze in den Front, wir müssen dieses mal 20 Pfund pro Ramm machen, ich hab ne Menge Rechnungen zu bezahlen. Fürst euch rein! Nachts wie Vampire auf der Jagd nach Money Fluss, alles läuft ja gut, doch bleibt besser auf der Hood. Killer-Dealer, Kilo, Haschisch, Frisch aus FFM, heute noch im Block, nächste Woche hängen wir in den Tritt. Pacer tut arrogant, Diggi nenn mich, ist der Boss. Du hast Baba-Koka, kleine Steine, Alter, was für Schrott, ey, was ist da los? Eastrass wird komplett aus, schnelle Welle ab, doch fang tot, nehm mir jetzt mein Album auf. Nasenrotzen, nix abrotzen, dicke Garren, scheiß auf morgen, für was Geld auf der Straße, würde ich jetzt hänglich morgen abgefahren. Also an sich muss ich schon mal sagen, Beat, mega geil, an sich vom Rap her auch geil. Manchmal die Endreiber oder was auch immer so, kommt mir ein bisschen vor, als wären die ein bisschen, oh man muss noch schnell ein Reiber da, irgendwie so schnell, ja, wie soll man das jetzt sagen, da muss man irgendwie schnell irgendwie auf den Beat passen, schnell noch reingewebbt, weiß ich nicht. Wir hören mal weiter, ich bin auf jeden Fall bis jetzt eigentlich recht gut, ja. Fakte Laune, Diggi, stresst mich jeden Tag, Mann, halt Land nicht im Grab, doch ich ticke weiter Gras, ja. Mama hat gesagt, das sind Jungs von der Straße, lass die Finger besser davon. Meine Jungs jedes Jahr machen weiter Parra, Diggi, hier geht es nur um Ton. Ja, und immer wenn es Nacht wird, kommt Baddienen raus, wie ein Vampir. Ja, und immer wenn es Nacht wird, sind sie auf der Jagd und schwarz maskiert. Ja, und immer wenn es Nacht wird, kommt Baddienen raus, wie ein Vampir. Ja, und immer wenn es Nacht wird, sind sie auf der Jagd und schwarz maskiert. Als ich klein war, ticke ich von Center Schocks, vier Jahre später stand ich mit Packs am Block. Alter, was hat der denn für eine geile Stimme, Mann? Nice. Auch mega geil Kameraführung, ne? Also Video auf jeden Fall mega nice. Ich finde, Ys hat sich teilweise, wie gesagt, in dem Part ein bisschen verhaspelt, manchmal. Aber auch mega geil gewappt, ne? Und hier Narko, uh, muss los, ja? Also Narko ist auf dem Track auch Killer, ja, finde ich. Aber was war hier eigentlich? Habe ich da etwa, äh, hier, eine Home-Growing-Plantage gesehen? East, East, East. Ja, aber an sich muss ich sagen, echt ein geiler Track, ne? Hat mir gefallen, auf jeden Fall. Äh, kann man sich auf jeden Fall geben, ja? Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon was Besseres von East gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Aber man kann sich das auf jeden Fall geben. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf den nächsten Track. Ist auf jeden Fall, äh, kann man sich mal gönnen, ne? Auf jeden Fall eine nice Sache. Video mega nice, äh, der Track an sich auch mega nice, ja? Und was ist das eigentlich für ein Location? Wo ist das? Voll geil. So, ich wollte noch sagen, das war's dann auch von der Reaction, äh, das Video ist natürlich in der Beschreibung, der Kanal auch. Und da würde ich einfach sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer TobiTV und tschüss. Bis zum nächsten Mal.